Also wir machen weiter und machen nach dem Beitrag von Maren von Osten eine kleinere Pause. Maren von Osten ist Kuratorin, Wissenschaftlerin und Autorin, sie lebt und arbeitet in Berlin. Seit 2014 ist sie als Kuratorin und künstlerische Direktorin für das Projekt Bauhaus Imaginista tätig, seit 2016 gemeinsam mit Grant Watson. Vorhergehende Forschungs- und Ausstellungsprojekte umfassen unter anderem Vietnam-Discourse, das zwischen 2016 und 2018 in der Tensta Kunsthalle in Stockholm und hier im Kunstgebäude im Rahmen der Ausstellung Was sind die Wolken zu sehen waren? Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Oder Projekte wie Aesthetics of Decolonialization an der ZHDK Zürich und dem Center for Postcolonial Knowledge and Culture, kurz KPKC in Berlin, Mobile Houses Mapping Transcultural Modernism an der Akademie für Bildende Künste in Wien und der CPKC in Berlin. Zwischen 2006 und 2012 war sie Professorin für Kunst und Kommunikation an der Akademie der Bildenden Künste Wien, sowie von 1999 bis 2006 als Professorin für künstlerische Praxis und als Wissenschaftlerin am Institut für Theorie der ZHDK Zürich tätig. Zwischen 1996 und 1999 arbeitete sie als Kuratorin für die Schädterle in Zürich. Sie ist Gründungsmitglied des Center for Postcolonial Knowledge and Culture in Berlin. The floor is yours. Dankeschön. Ich werde auch in Deutsch sprechen und entschuldige mich schon jetzt bei den englischen Kollegen, aber ich muss so viel Englisch sprechen im Moment, dass es ein unglaublicher Genuss ist, dass ich einfach mal sprechen kann und nicht so viel nachdenken beim Übersetzen im Kopf. Trotzdem beginne ich mit einem Zitat, das in englischer Sprache erschienen ist und möchte aber ganz kurz vorher ausschicken, wie ich spreche, weil ich bin keine Kunsthistorikerin, ich habe auch eigentlich überhaupt gar keine Ausbildung sozusagen in den Humanities. Also wenn man sagt Forscherin, dann bin ich sozusagen so eine Selfmade-Wissenschaftlerin, die eigentlich Ausstellungsmacherin ist. Ich habe zwar mal Kunst studiert an einer Kunstakademie, aber ich würde mich als Ausstellungsmacherin bezeichnen. Das heißt, ich mache die Dinge und durch dieses Machen gemeinsam mit anderen kommen auch Erkenntnisse zustande. Das heißt, es ist ein situiertes Wissen, auch durchaus in Anlehnung an Donna Haraway. Und es ist sozusagen kein objektiviertes Wissen. Und ich glaube, wenn ich jetzt gleich über Bauhaus Imagenista sprechen werde, denn das ist der Hintergrund. Ich kann nämlich gar nicht ohne dieses Projekt sprechen, weil Erfahrung und Wissen, über das ich rede, ist in diesem Projekt entstanden und auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Nicht nur mit Grant Watson, sondern es sind sehr viele Forscher und Forscherinnen daran beteiligt, aber auch Künstler und Künstlerinnen. Und wir lernen irgendwie gemeinsam. Und das, was darin gelernt wird, ist sozusagen in acht Veranstaltungen im Moment irgendwie unterwegs an verschiedenen Orten, ganz konkret mit lokalen Partnern. Und das findet gerade statt. Ich bin deswegen auch so ein bisschen erschöpft und wackelig und werde heute nicht lange bleiben, weil man sich dann immer so vorstellt, wie sowas geht. Und es geht natürlich auch auf die eigenen Kosten, wenn man da solche Stationen irgendwie alle abarbeitet. Und so klingt es auch jetzt vielleicht, wenn ich meinen Vortrag halte. Sollte es aber nicht, denn tatsächlich sind unfassbar interessante Bezüge auch zu Ihren vorherigen Vorträgen entstanden. Aber erstmal möchte ich vielleicht zur Rezeptionsgeschichte an Philipp Oswald anschließen und mit dem Zitat von Hans-Maria Wingler, der eben gestern schon erwähnt wurde, auch der eben die Bauhausgeschichte kanonisierte, eben nicht nur in Deutschland mit dem Katalog 1962, sondern auch mit einem Katalog, der 1969 im MIT Press in Cambridge, Massachusetts herausgegeben wurde. Das Zitat ist, So formulierte es der Kunsthistoriker Hans-Maria Wingler, Gründer und Leiter des Bauhausarchivs Museum für Gestaltung Berlin in der Katalogeinführung The Bauhaus Weimar, Dessau, Berlin, Chicago. Und die Publikation im MIT Press Verlag erschienen, wurde herausgegeben, machte, von ihm herausgegeben, machte Schriften, Briefe, Curricula und Exponate des Bauhauses zum 50-jährigen Jubiläum in englischer Sprache zugänglich. Das Buch wurde von Muriel Cooper und hier sehen wir eben eines ihrer Plakate, wo man auch schon diese Pop-Art-Adaption, das ist ja 1969, also sie adaptiert hier so eine ganz bestimmte Sprache, aber sozusagen in der Repräsentation haben wir wieder dieses klassische, kanonische Bild der Männer, der Moderne mit der einen Frau, also da gibt es auch künstlerische Arbeiten genau zu diesem Bild, die das dann auch später dekontextualisiert haben. Das Buch wurde von Muriel Cooper im Sinne der nordamerikanischen Bauhausrezeption der 1960er Jahre gelayoutet und zum Vorbild für Informationsdesign und Buchgestaltung in der USA. Coopers Bauhausbuch hat das Erscheinungsbild von The MIT Press bis heute geprägt. Die Betonung einer Beziehung des Bauhauses zu den USA wird bereits im Titel deutlich. Chicago wird genannt. Es war Ausdruck von Winglers Forschungstätigkeit, denn er hatte Gropius und andere Bauhäusler im Exil aufgesucht. In seinem bis heute als Standardwerk geltenen Buch wird das Bauhaus als Gestaltungsgeschichte und als Gestaltungsschule eigentlich als Kontinuum bis nach Chicago fortgeschrieben, also sozusagen bruchlos. Das im New Bauhaus und dem Illinois Institute for Design, IIT, weitergelebt habe. Gleichzeitig weist Wingler in seiner Einleitung darauf hin, dass die Gründung des Bauhauses in einem breiteren internationalen Kontext zu verorten sei, da die Moderne nicht in Deutschland im Bauhaus Weimar ihren Anfang nahm, wie es meinetwegen einige Leute, die jetzt sozusagen das Bauhaus wieder feiern als nationales Ereignis vielleicht gern haben wollten. Nein, auch schon er sagt, dass im Zuge der Industrialisierung von Anbeginn das Bauhaus Teil und Ausdruck einer internationalen Bewegung war. Schon vor 50 Jahren war es also nicht mehr möglich, das Bauhaus als ein isoliertes nationales Phänomen zu feiern, als ein deutsches Original, sondern es galt, das Bauhaus als internationales Projekt zu verorten, allerdings mit der Einschränkung, dass dies nur auf den euroamerikanischen Raum beschränkt blieb. Wingler begann aber mit seiner Publikation bereits eine neue kontextuelle Karte des Bauhauses zu entwickeln, die auch die Ideen Sempers, der Gründung des Deutschen Werkbundes in Bezug zur Arzt- und Grafsbewegung der Britischen also in einer Entwicklung diskutierte, die vom 19. Jahrhundert eine Kritik an der industriellen Massenproduktion begonnen und in der pädagogischen Ausrichtung des Bauhaus und der Besinnung auf eine handwerkliche Fähigkeit ihren Ausdruck finden sollte. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges wurden allerdings der Austausch mit den russischen Avantgarden und deren Einfluss auf das Bauhaus nicht im gebührenden Ausmaß behandelt, obwohl gerade der Berliner Arbeiterrat der Künste von Volta Gropius mitbegründet worden war. Dieser sollte dann in der Novembergruppe aufgehen, wie wir wissen, ein Name, der an die deutsche Revolution von 1918 erinnerte bzw. sich direkt auf diese bezog. Ein Ereignis, das wir heute nicht feiern. Beide Organisationen waren selbst organisierte Künstlergruppenvereinigungen, die aus einem jungen, künstlerischen, kritischen, kriegsgeschädigten und widerständigen Umfeld hervorgingen. Sie kritisierten ausdrücklich die Ausbildungssituation an Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen und die Trennung in angewandte und freie Künste. Ihre Kritik galt dem Historizismus und den Kopisten an staatlichen Kunstakademien, der Orientierung an klassischen Vorbildern, den Salons und einem bürgerlichen Kunstbegriff, der dazu geführt habe, dass die Künste ihre gesellschaftliche Relevanz die Form eingebürst hätten. Die Forderung nach einer neuen Ausbildung und einer neuen Kunstpädagogik entstand in jenem Aufbruch in Richtung einer neuen Gesellschaftsordnung, die eben in diesem revolutionären Umfeld zu verorten ist. Nach dem Krieg sollten alte Autoritäten und Routinen wollte man hinter sich lassen und auch die Bildung sollte reformiert werden. Der Unterricht für Architektur, Plastik, Malerei und Handwerk sollte von der nationalistischen Vergangenheit befreit werden. All das finden wir in Texten sozusagen des Arbeiterrats und der Novembergruppe und wenn wir das eben nicht mit thematisieren, verlassen wir auch immer sozusagen wieder einen Pfad in einer anderen Geschichtsschreibung des Bauhaus, die wir tatsächlich dann, wenn wir dann zu Hannes Mayer in die Sowjetunion gehen, nicht mehr wirklich nachvollziehen können, dass es eben sozusagen hier auch eine Linie eines sozialistisch-kommunistischen Bauhaus gegeben hat. In einem vom 1. März 1919 herausgegebenen Flugblatt der Novembergruppe heißt es so auch, an der Spitze steht der Leitsatz, Kunst und Volk müssen eine Heimat bilden. Die Kunst soll nicht mehr Genuss weniger, sondern Glück und Leben der Masse sein. Zusammenschluss der Künste unter den Flügen einer großen Baukunst ist der Ziel und eben relativ viel weniger Zeit verstrichst und Manifest kommt heraus und sagt eigentlich dasselbe, nur mit anderen Worten. Wir vergessen auch, dass viele am Bauhaus Lehrende eben in diesen Kunsttreten und in der Novembergruppe organisiert waren. Paul Klee in München, Lionel Feininger und Wassily Kandinsky bereits in Berlin. Und es war gerade die Vielheit von den Ideen und es war wohl eher die Vielheit von Ideen inklusive der Konzepte der russischen und niederländischen Avantgarden, die Ansätze der Reformpädagogik bis hin zur Schulreform des Roten Wien und der Jugendkunstklassen von Franz Schischig, die ebenfalls Teil dieser Ideengeschichte ist, dass diese eben Gropius in einen konkreten Ort gab zur Diskussion und Praxis. Also dass sozusagen das Bauhaus überhaupt nicht sozusagen bereits eine Linie verfolgte, sondern dass Anfang und vielleicht auch so ein Ende immer Vielheit und sozusagen Hybridität bedeutete. Und diese Vorstellung unserer Rezeption, dass wir sozusagen das immer wieder vereindeutigen wollen, an den unterschiedlichen Lehrkräften, aber vor allen Dingen auch an den Studierenden, die natürlich auch mit unterschiedlichen Projektionen an diese Schulen kamen und ganz andere Ideen möglicherweise mit dem Bauhaus verknüpften, als der Lehrplan oder das Curriculum eben damit ausgeschlossen bleibt. Und das ist wichtig, wenn wir die internationale Rezeptionsgeschichte des Bauhauses anschauen. Denn genau da finden wir diese Hybridität und diese Unklarheit wieder, die eben unterschiedliche Vorstellungen, Imaginationen über das Bauhaus, deswegen Bauhaus Imaginister, Vorstellungen, die mit dem Bauhaus verknüpft werden, wo das Bauhaus mehr ein Medium wird für vielleicht Fragen der Erneuerung und neuer Gesellschaftsentwürfe. Wir haben heute die Möglichkeit, nach der geopolitischen Veränderung von 1989 andere Archive zu besuchen, als wir die vielleicht eben vorher hatten. Der Austausch sozusagen mit verschiedenen Wissenschaftlern weltweit führt dazu, dass wir in der Lage sind, das Bauhaus zu dezentrieren. Dieses wurde bereits in einem Symposium Bauhaus Global 2009 begonnen, das von der Bauhauskooperation Berlin-Dessau-Weimar, unter anderem war da Philipp auch dran beteiligt und Regina Bittner sozusagen an der Grundkonzeption, bereits sozusagen in den Raum gestellt. Dort wurden Bauhausbezüge in Israel, der Türkei, Indien und China ergänzt und sozusagen damit eigentlich dieser euroamerikanische Rahmen einer Bauhausrezeption erweitert. Diese sind wichtige Vorarbeiten für unser Projekt Bauhaus-Imaginister, das nun den nationalen Rahmen bewusst verlässt. Und in gewisser Weise, was wir tun, ist sozusagen eine nächste Schlaufe machen, nämlich eine Wolte. Wir machen einen Detour, einen Umweg und schauen eigentlich aus der Rezeption zurück auf das Bauhaus und erzählen das Bauhaus sozusagen aus seiner Rezeptionsgeschichte. Und jetzt gehe ich mal da hinein. Das, was wir heute schon gesagt haben, wenn wir uns sozusagen in der Rezeptionsgeschichte bewegen, also deswegen auch beim Bauhaus-Imaginist, dass es sich hier um sozusagen ein prekäres Unterfangen handelt, dass so die Frage ist, also wie lässt sich das denn eigentlich erzählen? Also es hat im Grunde keinen Anfang und kein Ende. Also man könnte sozusagen in jeden gesellschaftlichen Kontext gehen und findet genau diese Form der Lesweisen. Bleibt man da in Europa? Wie tut man das eigentlich? Hatten wir als Kurator ein riesiges Problem. Ich war 14 schon irgendwie angefragt, Recherchen zu machen und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, wo ich anfangen und wo ich enden sollte und hatte mich sozusagen schon fast verfranst in solchen Weltbeziehungen und habe gemerkt, es muss sozusagen einen Rahmen finden. Unsere Idee dazu ist sozusagen, dass wir vier Kapitel organisieren mit je einer ganz spezifischen Frage. Das erste ist Corresponding Whist. Da geht es um drei Schulen, auf die ich gleich noch eingehen werde, die in einer Beziehung stehen oder eben vielleicht auch eben nicht in Beziehung stehen, sondern voneinander wussten. Unter anderem das Bauhaus Kalabhavan in Indien und die Schule für Lebensgestaltung oder dann später für Architektur und Gestaltung von Renshiro Kawakita gegründet. Und das Kapitel hat eben die Frage nach der Pädagogik und welche Grundprämissen der Pädagogik auf der einen Seite notwendig waren, um eine Gesellschaft kritisch zu reflektieren, auf der Grundlage beispielsweise von kolonialen Bedingungen, aber auch vor dem Hintergrund eines sich konstituierenden Nationalismus. Das zweite Kapitel heißt Moving Away und verfolgt vielleicht einige dieser Fragen, die wir hier auch schon diskutiert haben. Und zwar geht es von diesem Filmstrip von Marcel Breuer aus, ein Bauhausfilm 1926, veröffentlicht in der ersten Bauhauszeitschrift, die in Dessau herausgegeben wird von Gropius. Eigentlich für mich so ein Concept Art Piece, denn er verfolgt da drin mehrere Fragen. Also einerseits den Fünfjahresplan, der kommt da drin schon vor. Also es gibt sozusagen so diese fünf Jahre. Es gibt den Filmstrip, die Propaganda, die beginnt. Die Filme über das Bauhaus werden zeitgleich als propagandistische Medien entwickelt. Und es gibt so eine Entwicklung von dem Handcrafted Objekt, sozusagen einem eher industrialisierten Objekt, das dann sich auflöst in einer Luftsäule, wo das Objekt ganz obsolet wird und verschwindet und nur noch das Subjekt, nämlich die werbende Frau, im Zentrum sitzt. Und die Frage, die damit irgendwie von Breuer uns stellt, ist also wohin entwickelt sich eigentlich Design, ist sozusagen die Fokussierung auf das Objekt obsolet. Wir wissen eigentlich nicht mehr, wohin es sich entwickelt. Wir wissen aber, dass das propagiert wird. Also im Grunde ist das durchaus eine kritische Intervention in einem Umbruch mit dem Umzug nach Dessau. Und von dort ausgehend werden wir eben auch verfolgen, wie sich Bauhausideen weiterentwickeln an anderen Orten und vielleicht tatsächlich sich aufgrund lokaler Situationen verändern und im Grunde Liaisons eingehen, die eben, wie wir eben schon gesehen hatten, bei der Kollaboration mit nationalsozialistischen Propagandamitteln eventuell dem Bauhausideal gar nicht mehr entsprechen. Learning From ist das Kapitel, das vielleicht am meisten der transkulturellen Moderne geschuldet ist. Also es ist ein Forschungsfeld, aus dem eigentlich Grant Watson und ich beide herkommen und uns besonders interessiert. Es ist so die Frage, wie sich überhaupt die Moderne konstituierte und in welche Ideen in sie einflossen. Und es ist natürlich auch ein Kapitel, das auch da mit Fragen des Decolonizing arbeiten wird, ausgehend von einer sehr, sehr interessanten Zeichnung von Paul Klee, die er 1927 fertigt, die aus einer ganzen Serie von Zeichnungen irgendwie hervorgeht, die auch in der Broschüre von Hannes Mayer »Junge Menschen kommt ans Bauhaus« tatsächlich auftaucht. Und was man hier sieht, ist so eine Studie eines Teppichs, die aber nicht so richtig abgeschlossen wird. Das mag ich an der Zeichnung, also es ist so das dritte Gegenstand, von dem aus wir denken, dass es eine Studie gibt, es gibt so etwas, was man untersucht. Also es gibt so eine ernsthafte Untersuchung eines außereuropäischen Objekts. Aber irgendwie will man dann was anderes damit machen. Also man kann auch nicht so richtig dabei bleiben, sondern man übersetzt das dann in etwas anderes. Aber es ist so ein bisschen unentschlossen, was man eigentlich da genau mit will. Und so sind eigentlich diese vier Gegenstände auch eben gar keine Meisterwirkungen des Bauhauses, sondern das sind alles irgendwie ephemere, in die Zukunft gerichtete, teilweise durchaus konzeptuelle, kontextuelle Arbeiten, die wir hier aussuchen, von denen aus man denkt. Das letzte ist das letzte Kapitel, das wird in dem Haus der Kulturen der Welt entwickelt. Still und Dead, das kann ich jetzt leider heute aufgrund der Zeit sicher nicht mehr eingehen, ist aber interessant im Verhältnis natürlich irgendwie sozusagen zum ganzen Vision in Motion, New Bauhaus und dann auch dem MIT. Das geht dann hin bis irgendwie in die US-amerikanischen Film- und sonstigen Pop-Subkulturen, aber auch eben natürlich in die Digitalkultur. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir dann bis so in die 90er Jahre mitverfolgen können. Wenn man diese vier Gegenstände jetzt sieht, wir erzählen natürlich jetzt nicht die 100 Jahre und dann aber dennoch auch. Also sie sind durchaus so situiert, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel das frühe Bauhaus, also sozusagen die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit dieser Dezentrierung des Bauhauses durch die anderen Kunstschulen thematisieren können und dann als nächstes aber auch die 30er, 40er Jahre mit dem Moving Away, das dann so ein Übergang ist, also wo dann irgendwie hier wir vor allen Dingen uns mit der Sowjetunion auch beschäftigen. Und dann bei Learning From sind wir in den 60er, 70er Jahren, also in dieser Venacular-Modernism-Zeit, wo eben wir auch sehr stark Anni Albers, aber auch eben andere Migranten in der USA verfolgen, aber nicht nur, sondern auch in Mexiko. Und darauf komme ich dann später noch kurz zu sprechen. Ich möchte jetzt, weil das eben immer so groß ist, habe ich mir vorgenommen, einfach Ihnen so ein bisschen Einblick in so einige von den Forschungsfeldern zu geben. und hoffe, dass wir dann da vielleicht dann im Nachhinein auch nochmal darüber reden können. Wahrscheinlich ist den einen oder anderen durchaus eines der Beispiele bekannt. Das war die Ausstellung, die wir jetzt gemeinsam mit dem Museum für Moderne Kunst in Kyoto eröffnet haben. Und ich möchte einfach kurz was zur Verfahrensweise sagen. Beispielsweise diese sind Studierende und Besucher, das sind eigentlich alles Besucher des Bauhauses von 1922 bis 1931, sind japanische Architekten und Kritiker, da haben das Bauhaus besucht. Und das Wissen, das ich hier so objektivierend betreibe, ist natürlich ein Wissen, das aus langen Gesprächen mit Forschern, aber auch mit den Co-Kuratoren entstanden ist, mit Yuko Ikeda. Und hier ist das von Professor Omemiya zusammengetragen. Das ist Wissen, das teilweise in Japan so nicht bekannt ist. Also das heißt, dafür haben wir auch ein Online-Journal angelegt, dass dieses Wissen von den Menschen selber zugänglich gemacht wird, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, eine Veröffentlichungsplattform, auf denen sie diese Informationen auch finden. Und das Wichtige an diesen Informationen ist, dass wir verstehen, wieso eigentlich es dann eben eine Rezeptionsgeschichte des Bauers in Japan gab, in den 30er Jahren von Renji Shiro Kawakita, der nie in Japan war, der aber Deutsch las und Deutsch tatsächlich rezipierte und sehr viele Texte der Moderne übersetzte ins Japanische, und zwar direkt. Aber es gab eben auch die Studierenden, die dann im Zuge dieser Besucher kamen, unter anderem Mitsutani, der bekannteste, von dem das Bauhausarchiv auch irgendwie diese Albers-Vorkursarbeit hat. Aber was man an der Arbeit eben auch schon sieht, neben den Arbeiten von japanischen Studierenden, die eben bei Moholi in den Kursen waren, ist, dass diese Arbeiten sehr stark vom Konstruktivismus geprägt sind. Also man sieht hier einen ganz starken Einfluss, irgendwie sozusagen der, also eine Projektion auf das Bauhaus, die von außen kommt. Sie denken, sie finden dort sozusagen ein konstruktivistisches Ideal. Und das äußert sich dann auch in den Fokus arbeiten. Und man sieht das auch später dann in einer, ich gehe da nochmal hin, in einer Serie, die der Renshiro Kawakita herausgibt. Ein Magazin ist ja eben auch Journalist, Architekt und Journalist. Und hier sieht man dann eben auch Chiga Vertov und die Einflüsse, die hier verarbeitet werden. Das heißt, diese Vorstellung einer Bauhausmoderne in der Rezeption würde methodologisch eine totale Verengung bringen. Wir können nicht irgendwo hingehen und sagen, die haben jetzt überall irgendwie das Bauhaus rezipiert. Natürlich war das eine internationale Bewegung und sie haben diese Bewegung rezipiert und die sozusagen bearbeitet. Und von der war das Bauhaus ein Teil. Und es wäre absolut unmöglich, hier einfach in der Rezeptionsgeschichte nachzuweisen zu wollen, also welche Wirkung jeweils das Bauhaus hatte. Wir können es sozusagen in dieser hybriden und vielfältigen Bewegung der Moderne verorten. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Korrektur für die Rezeption des Bauhauses. Das ist ein Bild von einer sehr interessanten, da muss ich vielleicht, darf ich da mal weggehen kurz vom Mikrofon? Von einer sehr interessanten Arbeit. Das ist Mitsutani in Japan, der irgendwie vom Vorkurs Lernen eine Art Lern-Tool, ein Lern-Device entwickelt. Und zwar geht es hier, wie eben auch in den Arbeiten von Albers, ja um das Lernen von zwei in die Dreidimensionalität. Also die Frage, wie ich Raum herstelle. Also eigentlich ein ganz einfaches Lernmittel. Und er produziert das in Japan und es wird dann auch Teil der Schule von Kawakita. Und im Hintergrund sieht man eine Installation von Luca Frey, der eine Ausstellung, die 1931 in Tokio stattgefunden hat, an der Tokio Akademie, wieder rekonfiguriert, weil von dieser Ausstellung auch fast keine Dokumente übrig sind. Es gibt sozusagen so zwei, drei, vier Fotos. Und diese Ausstellung heißt eigentlich tatsächlich Kosai, Kosai heißt Gestaltung, heißt aber auch mehr als das, sie heißt eben Lebensgestaltung. Der japanische Begriff umfasst sozusagen eine philosophische Dimension, die man als Ästhetik begreifen und verstehen kann, in der Gestaltung niemals Design oder das die Gestaltung von Objekten bedeutet, sondern das Verhältnis zueinander und zum Umfeld. Und diese Ausstellung war extrem experimentell und hatte eben ganz viele Elemente, vor allen Dingen Vorkursarbeiten, aber auch andere Elemente des Bauhauses übernommen und hat die eben zu einer hybriden Form übersetzt, die japanische Moderne, die ja auch schon existierte, mit der Bauhausmoderne in eine Beziehung brachte. Und Luca interpretiert diese. Und in der Ausstellung waren eben auch diese Albersarbeiten wieder zu finden. und gleichzeitig wurde die Decke mitverwendet, um irgendwie diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten darzustellen. Aber das ging bei Kawakita, bei Renji Shiro Kawakita ganz und gar nicht darum, neues Design zu entwickeln oder eine neue Architektur zu entwickeln. Selbst wenn er Architekt war, ging es ihm darum, eine neue Pädagogik in der japanischen Gesellschaft zu ermöglichen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil von dort aus haben wir dann das Bauhaus nochmal anders gedacht. Wie kam es irgendwie sozusagen zu dieser Rezeption der Pädagogik? Das ist ja eigentlich eine Rezeption, die im deutschsprachigen Raum eher marginal ist. Wir kennen diese Stildiskussion aus den USA, also aus dieser euroamerikanischen Perspektive haben wir eben auch die Verkürzung auf Architektur. Und es ist eben interessant, wenn ich in Japan bin, habe ich mich damit auseinanderzusetzen, dass tatsächlich das Lernen, also die Art und Weise, wie Lernen organisiert wird, wie tatsächlich neue Formen der Erfahrung am Material organisiert werden, dass das das Zentrale ist, was von Interesse ist und das, was auch sozusagen wandert. Deswegen kann Kawakita ohne Probleme Gertrud Zuno, Itten und Moholinac zusammen denken. Der kann sozusagen etwas denken, was am Bauhaus auseinanderflog, irgendwie in einem Streit, kann er und muss er auch zusammen denken, weil tatsächlich Johannes Itten von großer Relevanz für die japanische Rezeption des Bauhauses war. Viele japanische Künstler und auch Theaterleute und so weiter studierten in Ittens Berliner Schule und waren teilweise da auch Lehrer und waren gleich sozusagen vom Schüler zum Lehrer geworden und sind durch Itten dann irgendwie ans Bauhaus gekommen oder zum Beispiel Mitsutani ist irgendwie über die Itten Schule gekommen. Das heißt, es gab eben auch so eine japanische Diaspora, eine Migrationscommunity in Berlin, die ganz stark beteiligt war auch an dem radikalen Leben irgendwie in Berlin. Es wurden ein Theatermacher, mit denen zum Beispiel dann auch die Yamawakis, über den die dann ans Bauhaus kamen, war an radikalen politischen, der war sozialistpolitischen Performance beteiligt und hat tatsächlich auch also richtig queere Performances bereits in Berlin mit seiner japanischen Gruppe dort gemacht. Das heißt, womit wir zu tun haben, ist eben auch eine hybride Rezeption, in dem Berlin zum Beispiel auch eine Projektionsfläche ist, durch die man dann ans Bauhaus kommt und das dürfen wir halt natürlich nicht vergessen. Und die Zähnen waren bereits in der Stadt. Ja, also es ist nicht so, dass sozusagen man sehr erstaunt sein muss über diese Rezeption, sondern es gab eben auch die chinesischen und asiatischen Communities und japanischen Communities bereits in Berlin. Interessant ist, hier möchte ich an diesem Buch, das dann Kawakita herausgibt, das ist sozusagen ein Grundlagenbuch der Gestaltung, in dem eben unter anderem die Collagetechniken wieder vorkommen, die eben bei Moholy entwickelt worden sind, Fotografie. Und dieses Buch wird zum absolut zentralen Buch und fundamentalen Buch der Kunstpädagogik in Japan. Kawakita hatte eben auch schon angefangen, in seinem ersten Institut mit Kunstlehrern zusammenzuarbeiten. Also er war gar nicht, er ist an einer Gestaltungsausbildung von Designern und Architekten interessiert, sondern er wollte die Kunstausbildung verändern. Und zwar das des Kopierens, des Vorschreibens, des Nachmachens, des Nachahmens. Das ist auch wichtig für eine andere Kunstschule, denn auch er hat Cizek gelesen und die Kinderschule war von großer Bedeutung. Und auch Tagore hatte ja Cizek in Wien besucht. Also das heißt, diese Vorstellung, dass die Persönlichkeit sich zu entwickeln hat, dass sie befreit werden muss von den Zwängen, autoritären vorgeschriebenen Erziehens, ist zentral für die Rezeption in Japan. Und insofern müssen wir plötzlich dann das Bauhaus wieder neu denken und zurückschauen und uns auch diese Dokumente nochmal neu anschauen, sich mit dem Vorkurs nochmal beschäftigen und auch der Idee eben, dass es sich eben über eine Befähigung an Professionen hinaus um eine Person werden, um ein Becoming handelte. Und wir haben, das zeige ich jetzt nicht, weil ich die Zeit nicht habe, dann für die Ausstellung dort entschieden, tatsächlich auch nur Schülerarbeiten zu zeigen. Und zwar Schülerarbeiten, in denen ja nicht klar ist, was aus den Menschen am Ende wird. Also dieser funktionalistische Gedanke, den wir eben so betont haben, hat ja das Bauhaus nicht unbedingt so gestützt, weil es war erst mal ja noch nicht so richtig klar, was aus ihnen werden würde. Also die Berufe, den Designer und den Architekten hat es ja so gar nicht gegeben. Es war auch am Ende nicht klar, ob die Weberin, selbst wenn sie aus sexistischen Gründen nur dort sein konnte, am Ende Weberin bleibt. Also dieses Schauen von einem anderen Ort, haben wir eben mit Learning From zum Beispiel auch in Rabatt schon begonnen. Es gibt jetzt eine Ausstellung in Sao Paulo, im Sesc Pompeja, die eröffnet nächsten Monat. Ich gebe hier jetzt auch nur einen kleinen Einblick, wirklich nur ganz kleine Facette in irgendwie so ein ganz komplexes Feld, das aber mit der, erinnern Sie sich, mit der Grafik von Paul Klee beginnt. Diese Grafik ist klar, so eine eigenartige Konstruktion von ihm zu einem Zeitpunkt, wo er gerade kommt ja sozusagen aus Ägypten zurück. Er war mit der Thunisreise, die Thunisreise wird überhöht in der Kunstgeschichtsschreibung als eine unglaubliche Erfahrung. Tatsächlich hat das Zentrum Paul Klee einen sehr schönen Katalog dazu herausgegeben und das auch mal so entmystifiziert. Er hat ausschließlich im kolonialen Quartier in Thunis gelebt. Tunesien war zu der Zeit noch unter französischer Kolonialherrschaft. Und das, was er gesehen hat, waren ausgetretene Pfade, die eben die Touristen in so einer Grand Tour sahen. Also all dieser Mythos und sozusagen dieses Entdeckens von einem anderen Land war gechannelt durch sozusagen die vorgetretenen Wege der französischen Kolonialherrschaft und natürlich auch der Blick. Gleichzeitig ist es interessant für mich gewesen, irgendwie aufgrund sozusagen einer anderen Forschung, die ich vorher betrieben hatte, zu sehen, dass es eine Gründung gab, irgendwie einer Schule in Casablanca, in etwa acht Jahren nach der Unabhängigkeit, die, eigentlich ist es keine Gründung, weil es war die École des Beaux-Arts, wo Künstler irgendwie nach acht Jahren, nach der Unabhängigkeit, das Curriculum veränderten und hier vor allen Dingen Farid Belkaia, der hier zu sehen ist, irgendwie sozusagen in der Schule in Casablanca. Und auch als ich die Bilder immer gesehen hatte und auch irgendwie von den Texten, die ich las, da habe ich irgendwie, man vermutet schon, dass da irgendwie das Bauhaus eine Rolle gespielt hat. Das ist irgendwie 1968, das habe ich extra für euch herausgesucht, sozusagen die Ausstellung 68 der Studierenden in Casablanca. Und es ist tatsächlich so, dass Toni Marajini, die dort eben auch als Kunsthistorikerin gearbeitet hat, ganz konkret das Bauhaus unterrichtet hat und auch dann eben später irgendwie mit Herbert Bayer eben eng befreundet war, Mohamed Mele und sie waren eng befreundet und waren immer im Austausch. Aber warum jetzt das Bauhaus sozusagen in so einem Moment der Dekolonisierung der Kultur, nachdem wir schon gehört haben, wie kontaminiert es ist, sozusagen von Stalinistisch bis zum Nationalsozialismus, sozusagen in diesen Kontaminierungen, warum konnte es sozusagen im Casablanca oder in dem postkolonialen Marokko denn als eine Figur gelesen werden, die sozusagen durchaus versprach, widerspenstig oder widerständig zu sein. Da gehe ich jetzt hier nochmal zurück. Der Grund dafür ist tatsächlich eben einerseits eine Klee-Rezeption, also die Anerkennung, und wir hatten das eben Symbol und Abstraktion, also sozusagen diese Lesweise, die jetzt schon ein paar Mal hier auch aufgetaucht ist, dass hier die Vormoderne und sozusagen die Moderne miteinander in eine neue Synthese, neue Sprache kam und die Anerkennung irgendwie sozusagen des Handwerks und der handwerklichen Fähigkeit als technologische Innovation, als eine technologische Innovation, die jenseits dieser Trennung irgendwie zwischen der Fine Arts, der Applied und der Angewandten und der freien Künste lag. Also diese Trennung der Künste war sozusagen für auch das dekoloniale Marokko genau das, was die Kolonialherrschaft hervorgebracht hat. Also sozusagen High and Low, die Trennung, die damit verbundene Trennung auch irgendwie sozusagen in Klassen und Rezeption von Kunst, aber natürlich auch die Fuguration und der Orientalismus. Und insofern war gerade irgendwie natürlich durch die Vertreibung einiger Bauhäusler oder die vielleicht auch Mythisierung sozusagen von der Migration von einigen der Bauhäusler, das Bauhaus sozusagen wie so eine andere Projektionsfläche, um dann nochmal hinzuschauen, wie die denn Handwerk und moderne Sprache miteinander verbunden haben, durch die Anerkennung einfach von Handwerkstechnik, von Bonnuellen Tun. Und das macht in Marokko natürlich sehr viel Sinn, weil eben tatsächlich die Künste dort noch eine unheimlich hohe Wertschätzung erhielten als Künste, die im Leben integriert waren. Das heißt, das Interieur, die Tür, der Kilim, das sind alles Bedeutungsträger. Das sind nicht einfach nur funktionale Objekte, sondern die erzählen auch. Die haben sozusagen Geschichten und sie haben eine soziale Funktion und auch eine physische, räumliche Funktion. Und mit diesen Vorstellungen, dass das Objekt nicht etwas ist, was sozusagen rein funktional oder nur einen Nutzwert hat, wurde eben in dieser Schule gearbeitet. Und statt dass man eben jetzt, also das allererste, was man gemacht hat, ist eben die klassischen Skulpturen herauswerfen aus der Schule und einen Kilim an die Wand hängen als Lernobjekt. Und das Interessante ist, dass das exakt genauso im Bauhaus, in der Weberei stattfand. Also exakt dieselbe Geste, sozusagen den Kilim aufhängen und sozusagen das klassizistische Ideal hinter sich zu lassen. Und das sind natürlich unerwartete Allianzen, die aber, glaube ich, auch wieder etwas, ein anderes Verständnis vielleicht von dem, von der Hybridität, von der Vielheit, irgendwie der Stimmen im Bauhaus möglich machen zu erkennen und es eben nicht wieder in eine neue, ich sage jetzt mal, neue ideologische Verfasstheit irgendwie zu, hinein zu diskutieren, die irgendwie sozusagen wieder andere Stränge vielleicht auslässt. Das ist eine sehr schöne kleine Kombination. Hier sieht man sozusagen auch den Mohamed Millet und sein Design. Mohamed Millet war Teil der Schule, aber eben auch ein Künstler, der ganz aktiv eben auch unter anderem mit Bayer befreundet war. Aber diese Dinge sind alle entstanden, bevor man überhaupt Kontakt hatte mit den Bauhäuslern. Wie stehe ich mit der Zeit? Ja, das ist eben so doof, wenn man da so drüber rauschen muss, aber ich möchte es trotzdem noch erwähnen. Ich habe mich entschieden, nachdem ich die Vorträge gehört habe, da nochmal an den einen oder anderen Stellen einzuhaken, was da unsere Erkenntnisstände sind. Das ist jetzt die letzte Ausstellung, da komme ich gerade her. Das ist in der Garage für das Museum für Contemporary Art. und hier gehen wir den Geschichten nach. Das ist Moving Away, also eigentlich die Frage, wie sich Bauhaus-Design-Debatten an anderen Orten veränderten und wie sie sich verändern mussten und anpassen mussten. Und wir gehen natürlich da, da gibt es schon Erkenntnisse. Es gibt ja ein Buch, was auch bald herauskommt, das Philipp herausgibt und einige der Forscher sind daran auch beteiligt an dem Buch. und wir arbeiten da zusammen, eben zum Beispiel mit Thomas Fliel oder Tatjana Efrusi, Daniel Talesnik, die eben zu den Bauhäuslern, das ist jetzt so ein bisschen blurry, gearbeitet haben, die in die Sowjetunion ging, nach Mayers Rausschmiss. Und mir ging es aber auch bei dem dabei, darum, nochmal zu überlegen, was ist das denn für eine Rezeptionsgeschichte, also das, was wir gestern auch schon gehabt haben. Und ein ganz zentrales Dokument war für mich da diese Markette, diese Broschüre, die im GTA in Zürich liegt, von einem unvollendeten Buchprojekt, irgendwie von Mayer, der in 1947 schon gefragt wird, in Mexico City, wo er nach der Sowjetunion hinkam, ob er nicht ein, sein Bauhaus, seine Geschichte des Bauhauses, ob er die nicht nochmal sozusagen in einem Buch veröffentlichen wird. Und er beginnt, da dran zu arbeiten und er beginnt bis 1954 zu seinem Tod da dran zu arbeiten, die wird nie veröffentlicht. So haben wir dieses Buch von Mayer eben auch nicht. Wir haben nicht, wie Gropius, der irgendwie sein eigenes Bauhausbuch herausgegeben hat. Und das Interessante an diesem Buch ist eben, wie man sieht, diese Handzeichnung und das referiert auch zu dem, was gestern gesagt wurde, dass Mayer eben auch Künstler war und er sich auch als Künstler verstanden hat. Und ich habe eben versucht, in der Ausstellung ihn auch als solchen einerseits darzustellen, aber auch als kritischen Intellektuellen, das haben wir jetzt schon erzählt, als kritischen Intellektuellen und als jemanden, der publizierte, der Bücher herausgab und eben tatsächlich durch seine Schriften auch wirklich in einem internationalen Netzwerk von internationalistischen Debatten anwesend war. Das heißt, er hat in Mexiko auch über die Sowjetunion veröffentlicht und er hat eben auch das Schwarzbuch des Naziterrors herausgegeben. Also er wäre ein ganz überzeugter Antifaschist, aber er war auch Kommentern und wie wir eben auch jetzt wissen, Stalinist. Aber wie wissen wir das jetzt alles? Also wie machen wir jetzt eigentlich diese Forschung? In welchem Terrain? Und da bin ich jetzt dann gleich fertig. Bewegen wir uns eigentlich? Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal die Zeitung Form und Zweck uns ins Gedächtnis gerufen, die ich gefunden habe in 1992 im Müll, in Friedrichshain, in meinem Haus. Das ist sozusagen nach der Wende. Die DDR war abgewickelt und irgendjemand dachte, naja, das interessiert ja jetzt niemanden mehr, kann ich ja wegschmeißen. Und das ist wichtig, weil es gab in dem Stapel auch dieses Heft zum 50 Jahre Bauhaus Dessau, das ich damals nicht so genau angeguckt habe, weil mich das Bauhaus damals noch nicht so interessiert hat. Das interessierte mich viel mehr. Der Marx auf dem Freischwinger als Postmarxistin fand ich das unheimlich toll. Und das ist auch ein wahnsinnig tolles Heft, weil viele der Diskussionen, die John eben angesprochen hat, eigentlich in diesem Heft wirklich ausgearbeitet werden. Das ist ein unfassbares Wissen eben auch über Bauen und Marxismus eben in dem Heft. Und da in dem gibt es plötzlich natürlich nicht nur das Bauhaus Dessau wird gefeiert, sondern auch der Hannes Mayer kriegt, sozusagen auch hier wieder von Claude Schneid aus Paris, der ja auch das große Buch herausgegeben hat. Also wir finden ihn da drin und auch ganz selbstverständlich wird auch hier von Konrad Püschel die Gruppe Hannes Mayer in der Sowjetunion besprochen. Wir finden aber viele Dinge nicht da drin, die wir jetzt eben herausfinden. In Konrad Püschels Beitrag wird eben nicht gesagt, dass einige der Menschen, die dort eben in die Sowjetunion gingen, eben nach Beendigung des ersten Fünfjahresplanes im GULAG-System, in sozusagen dem Gefängnissystem umkamen und nicht wie Hannes Mayer frühzeitig irgendwie die Sowjetunion wieder verlassen haben. Wir finden auch relativ wenig zu den Bedingungen, unter denen in der Sowjetunion gearbeitet wurde, also in dem, was sich durchaus weiterhin als koloniale Moderne bezeichnen würde, wo ja wir wissen, dass in der russischen Revolution, man dachte ja, es gibt eine deutsche Revolution, weil Deutschland industrialisiert wird und die russische Revolution ja eben diesen Widerspruch hatte, dass man eigentlich mit einer großen Landbevölkerung irgendwie zu tun hatte und der Fünfjahresplan setzt ja jetzt nun Folgendes vor, also die komplette Urbanisierung und Industrialisierung der verschiedenen Sowjetregionen und an dem sind eben die Bauhäusler auch beteiligt und eben im Sinne sozusagen der Arbeitsteilung, sozusagen der Effizienzsteigerung werden hier nicht nur einfach Städte gebaut, sondern es wird irgendwie mit diesen Städten eben auch ein Gewaltsystem eingesetzt, in dem unendlich viele Bauern nicht nur irgendwie sozusagen displaced werden, also von einem Ort zum anderen gebracht werden und diese Baustellen bauen, also sozusagen genau diese Häuser bauen, sondern auch Millionen von Menschen auf dem Land im Gefängnis enden und das ist schwierig zu sagen, gerade vor dem Hintergrund irgendwie sozusagen als Westdeutsche, es geht ja jetzt hier nicht eher darum, den Kommunismus vor die Wand zu spielen, aber es handelte sich nun mal um eine Form des Kriegskommunismus, so wie eben parallel zu eines Kriegskapitalismus, wie wir ihn im Faschismus sahen und Alice Kreischer hat sich mit dem Archiv von Philipp Tolzina auf unsere Anfrage beschäftigt und arbeitet auch genau dieses heraus, irgendwie auch in Fotos, die wir von Hans Schmidt im Archiv im GTA sehen, das heißt, wir haben eben auch mit so einem Projekt die Verpflichtung, nicht nur in den Dokumenten, sondern über sie hinaus zu studieren, also das heißt, wir können nicht nur mit dem kunsthistorischen Verfahren arbeiten, sondern wir müssen sozusagen auch zwischen den Zeilen und eben in den blinden Flecken uns aufhalten und diese blinden Flecken wie mosaikhaft in einem Puzzle auf neue Arten und Weisen zusammensetzen, um zu verstehen, das ist eine Arbeit von Doreen Mende, über die kann ich jetzt nicht mehr sprechen, um vielleicht zu verstehen, wie wir und weiterhin bis heute auf Grundlage von ideologisierten Wissen über das Bauhaus nachdenken. Vielen Dank.